10 Punkte, Entschuldigung von Luca Marziani. Aber jetzt darf ich mir sowieso nichts notieren. Ich brauche meine beiden Daumen, um diese ganz, ganz fest zu drücken. So, wie das Otto Becker gerade macht. Für Maurice Tebbel. Also, ich habe einen Schackenstern. Ich habe einen Schackenstern. Da musste so ein bisschen dieses Parieren, da musste diese Aufmerksamkeit erhöhen. Und Tjaki da hinten gibt einen Live-Berichterstattung am Telefon, wie wir sehen. Und jetzt ist der Großteil geschafft und jetzt ist es nur noch Doppeloxer und Mercedes steil. Und diese Konzentration, lieber junger Mann, lieber Maurice, so beibehalten, steigt natürlich in ihm, gibt es auch schon diese Anspannung. Nämlich es geschafft zu haben, zweimal null zu bleiben im Nationenpreis, im heimischen Nationenpreis. In Aachen, dieser junge Mann, meine Damen und Herren, ist der Hammer. Und dieser junge Mann, meine Damen und Herren, auf den kann Deutschland stolz sein. Und in Zukunft werden wir garantiert des Häufigeren auf ihn bauen. Mit ihm und durch dieses Ergebnis von Maurice Tebbel, kurz ein bisschen eingefuhrspiel, gar keine Rolle, ist er locker geblieben. Haben wir zwei Null-Runden bisher. Unglaubliches geschafft. Unglaubliches.